Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblüßen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss an der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Das ist ein Versager, das ist ein Schmarratzen. Ein paar Wögel, ein Faulpilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftmacher, was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das? Verrat an meiner Person? An meiner Person? Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurechten.